Hallo, ich bin Siladin Mirashan und heute haben wir etwas ganz besonderes für euch und zwar die Elsa-Cape-Anfertigung. Da Marlene die Begabte von uns beiden ist, wird sie vorzeichnen. Ich werde danach zeichnen und dann dementsprechend noch verzieren. Was alles auf uns zukommt, seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß dabei! Ich bin Siladin Mirashan und wie ihr seht, hier ist Marlene gerade abzeichnet. Sie ist natürlich sichtlich darüber erfreut, das ist so ein bescheuertes Song hier. Ja, wir machen heute das Elsa-Cape fertig und wir lassen uns mal überraschen, da ist alles dauert. Wahrscheinlich den ganzen Tag und wahrscheinlich auch noch rum. Wir haben auch schon dreißig gefühlt mehrmals geguckt, um zu schauen, wie das Camp überhaupt verbuster so ist, weil ihr seht hier ein bisschen Farbe, das war mein Versuch und mein Hilferuf war Marlene, ich kann einfach nichts zeichnen. Jetzt müssen wir ein Cover abmachen von dem Versuch, den ich gemacht habe, weil natürlich die Waschmaschine gesagt hat, nö, 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 nö. Ich mache das nicht alles weg. Ja, es ist jetzt auch einfach mal nur so ein Video, dass ihr so ein bisschen seht, wie wir das so machen, bzw. Marlene. Ich bin für das Kleben später zuständig. Mit Kleben kenne ich mich auch. Von Fickstein und Co haben wir alles schon da und Schläfer und alles, was man so braucht, auch, ob ich mal, ne? Ja. Und sie macht gerade auf den Zeichnungsversuch, oder wie möchtest du es denn? Vorzeichnung, keine Ahnung. Vorzeichnung mit Schneiderkreide, die haben wir jetzt auch einfach. Und ja, wir wünschen schon mal auf jeden Fall viel Spaß und schauen wir mal, wie es ganz am Ende aussieht. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt so momentan schon beim Cover abgeladen. Marlene versucht mein kleines Missgeschick auszubessern. In der Hoffnung, dass das klappt, ne? Ja. Aber wir sind ja nun schon gut dabei. Weil das wäre halt einfach ein nicht so schöner Anblick, wenn man nicht gut genungenes Arschgeweilhütter stehen würde. Sieht wirklich aus wie Arschgeweilhütter. Aber wir sind guter Dinge und sind auch noch gut in der Zeit. Stand der Dinge ist auch noch, wir haben noch genug Glitzer und genug Farben. No. Wie weit das ja dann später ist, wird sich unten zeigen. Du schnachst. Willst du das erstmal machen? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020